999 Die 2. Krieg 1. 2. 3. 4. 6. 6. 7. 7. 7. Das ist ein Schildesamon, Hemen Benarra, Hemen. Ben läuft zur Tankstelle, um sich einen Kaffee zu kaufen und schaltet sein Handy ein. Er guckt sich immer wieder nervös um. Bild 7, Interior, Wohnung Oemar, Night. Er hat es angeschaltet und läuft gerade die Coburger Straße runter, Richtung Tankstelle. Bild 8, Interior, Exterior, U-Bahn-Station, Berlin, Night. Oemar läuft schneller und verschwindet in einem U-Bahn-Schacht. Nach zwei Stationen steigt er aus und nimmt den Ausgang Detmolder Straße. Bild 9, Interior, Tankstelle, Night. Während Ben wartet, vibriert plötzlich sein Handy. Er holt es aus seiner Hosentasche, um den Anruf entgegenzunehmen. Doch es ist kein Anruf. Der Bildschirm flackert und fängt an zu glühen. Das Handy hat sich verselbstständigt. Ben steckt das Handy schnell wieder ein und schaut sich verstohlen in der Tankstelle um. Er wird nervös. Sein Handy wurde von jemand gehackt. Ihr Kaffee wird kalt, junger Mann, sagt die Frau hinterm Tresen. Ben lässt den Kaffee einfach stehen und geht. Ben spricht einen Passanten an und steckt ihm heimlich sein Handy in die Tasche. Das war das Todesurteil für den Passanten. Nur weiß Ben noch nichts davon. Danach ermordet Oema den Passanten. Ben schaltet ein neues Wegwerfhandy ein und kontaktiert seinen Dealer. Dadurch kann Abdi ihn erneut orten und weiß, wo die Pillen sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Fuck, fuck, fuck. Ja. Ja, ja. Oh, ey, entspann dich, entspann dich. Pass auf, ich will dir nichts Böses, ja? Warum bist du denn in meinem Wohnheim? Ich will dir helfen. Ein Mann ist hinter dir her. Was für ein Mann? Ein Mann ist hinter dir her. Der hat jemand umgeworfen. Was? Du hast jemandem dein Handy in die Tasche getankt vorhin? Woher weißt du das? Ich kann es dir nicht auf der Hand. Bitte vertraue mir. Hier. Versteck dich. Versteck dich. Versteck dich. Versteck dich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020